Ich heiße Wolfram Völker und ich komme aus Berlin und ich segle schon seit 40 Jahren, von klein auf. Als Student hatten wir ein Mono, ein 9,5 Meter Seekräuter und jetzt haben wir 10 Jahre eine Privilege gesegelt und seit neuestem eine Autremere 45. Ich segle mit meiner Familie, ich habe zwei Jungs, sieben und elf und mit meiner Frau und wir sind schon mal ein ganzes Jahr durch das Mittelmeer gesegelt und jetzt haben wir eine Autremere gekauft, wir segeln auch wieder zu viert, die Kinder sind ein bisschen älter und wir gehen hier ein bisschen in Frankreich üben, Test segeln mit dem neuen Boot und dann am 10. November ARC Plus über Kanarische Inseln, Kap Verden in die Karibik und dann mal sehen. Wherever the wind will blow us. Ein Katamaran ist für uns viel komfortabler als ein Mono. Wir haben mehr Platz mit der Familie, wir ankern gerne. Also für uns ist ein Katamaran auch ein schnelleres Boot, ein komfortableres Boot. Das ist die Entscheidung für Katamaran, die haben wir schon viel früher gefällt.